Werden Sie jetzt Lesereporter. Mit dem neuen iPhone 4 ist die Handhabung sehr einfach. Egal ob Sie einen Upload von einem Bild an uns schicken möchten oder uns ein E-Mail von einer aktuellen Begebenheit zukommen lassen möchten. Sie haben eine hochbrisante Geschichte entdeckt? Dann werden Sie Volllesereporter. Gehen Sie auf Ihrem iPhone 4 auf den Volllesereporter, geben Sie eine Überschrift ein und danach den Text. Sie sind plötzlich mittendrin und nicht nur dabei? Dann zücken Sie doch Ihren Fotoapparat oder Ihr Handy, Ihr iPhone 4 und werden Sie Lesereporter für Voll. So einfach geht das. Sie schicken Ihre Bilder oder Videos per MMS an 0664 40 40 40 und die 7. Dabei ist es egal, ob es um kurze Schnappschüsse, kuriose Ereignisse oder ein Täter-Tät mit einem Promi geht. Wir freuen uns sehr über Ihre Anregung. Und bitte nicht vergessen auf Senden zu drücken. Oder Sie schicken Ihren Upload per Internet. Unsere Vollredaktion überprüft selbstverständlich jeder Lesereporter-Beitrag von Ihnen. Darum ist es unbedingt notwendig, dass Sie Ihre Telefonnummer sowie Ihre E-Mail-Adresse anfügen. Denn es könnte ja sein, dass Ihr Bild auch in den Printmedien erscheint. Dann könnte auch ein Betrag von 20 Euro herausschauen. Und außerdem könnten Sie der nächste Voll-Lesereporter des Monats werden. und bei den